Hallo! Ich bin's, Elmo! Oh, oh, hallo! Guck mal, wer da ist! Ihr seid alle da! Elmo? Was machst du denn hier? Ich hab beschlossen, ein Zauberer zu werden. Oh, guten Tag, großer Mumpitz. Welches Zauberkundstück führst du uns heute vor? Heute, Elmo, lass mich ein Kaninchen aus meinem Zylinder kommen. Ich möchte so gern einen Apfel, aber ich komme nicht an ihn heran. Wir wollen Super-Grooby! Wir wollen Super-Grooby! Das ist deine Aufgabe für Super-Grooby! Weißt du, ich bin so froh, dass du heute bei mir übernachten kannst, Tally. Also wirklich, vielen Dank, danke sehr!